Reality Check, der Kata Nr. 8 vom Sete Yaido, Gan Menate. Wieder habe ich zwei Gegner, es sind immer noch dieselben wie in den anderen Reality Check Formen. Er ist hinter mir, sie ist vor mir. Wir führen jetzt die Kata so vor, wie sie als Kata gedacht ist. Ich greife an, Ich-Ni-San, und ersteche ihn. Und töte sie. Das ist die Kata, wie sie abläuft und wie sie auch immer wieder gezeigt wird. Nur die zwei greifen ja gar nicht an. Sie wehren sich auch nicht. Wie könnte die Kata denn real ablaufen? Also, zwei Gegner. Der ist ein bisschen, der ist nicht so gefährlich, ja, deshalb greife ich sie zuerst an. Aber außerdem bin ich tot. Funktioniert nicht gegen zwei Gegner. Nicht immer als Angriff. Weil die andere Möglichkeit wäre ja noch, die andere Möglichkeit wäre noch, greifst du mich mal an. Ich bin der, der sie eigentlich angreifen will. Ja? Du machst die Kata. Was will man da mit Ganmenate machen? Sie muss also anfangen. Ja? Ne. Ich meine, du machst Ganmenate. Ja, das könnte ich machen, zum Beispiel. Da ist mit Ganmenate überhaupt nichts anzufangen. Der Gegner wird ja nicht verraten, bis das passiert. Ja? Also, wunderschöne Kata, Reality Check, nicht durchgekommen. Ganz darum. Ja?